hallo und herzlich willkommen zu einer neuen serverstellung von meinem community server von twitch da bin ich am live streamen und habe jetzt schon zwei tage recht gut angefangen zu spielen es gab jetzt noch nicht so viele zuschauer die möchte ich gerne ein bisschen erreichen wir haben nämlich eine tolle story welt und auch wirklich mehrere superwelten eine free build welt wo ihr wirklich auch ziemlich schön in einer gruppe oder ja auch in einer ganz großen stadt oder so bauen könnt wo nicht alles natürlich wie sie die bild ganz komplex verschachtelt ist sondern wo wir wirklich ja entscheiden könnt da baue ich jetzt da bekomme ich auch einen home punkt sicher hin dürfte machen und ihr werdet natürlich dann auch lore fahren können oder mit dem boot über eis und so sachen und das ist hier die story welt hier wird eine story stattfinden zwischen vier völken der dschungel gehört den japaner thailänder auch teile von diesem wald hier und hier zum beispiel ist dann afrika mit uganda und wahrscheinlich babyloner oder so hier werden inkas sein das hat der kzbb unser techniker gesagt will er gerne die inkas haben die können wir damit ja ein teil so ur indianer noch bevölkern und dann gibt es noch hier so eine art schulk ja dark city plage die sozusagen die story macht und hier kommt dann noch das letzte reich das ein bisschen bedroht wird und vielleicht dann auch umfangreicher dann natürlich mehr wird also alle drei vier natürlich dann noch wikinger und eventuell noch antiochia oder so einem kreuzfahrer volk und damit die baustil noch ein bisschen kombinierter sind jedes volk hat dann eine geschichte die dann eigentlich so mit dem schulk und vielleicht auch sicher auch mal noch den ähm witte skeletten und so sachen zu tun hat dass wir ja so zeigen minecraft hat dann natürlich noch mehr verdient noch mehr story als mögliche und so weiter und wir haben eine portal welt ist natürlich hier in der normalen welt könnt ihr wählen was ihr wollt wir haben zwei farmwelten eine sehr speziell dankeschön an kzbb für diese tolle arbeit hier ist die eben erbe gewählt die kommt die bauwelt seht ihr hier hier wohne ich zum beispiel hier wohnt der leon einer meiner moderatoren und der kzbb hatte noch keine zeit zum servieren macht es wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel und wir gehen nochmal speziell in die farmwelt 1 um zu zeigen was ist denn so speziell an farmwelt 1 erfitt die farmwelt 2 die ist ganz normal da könnt ihr jeden block eigentlich abbauen und für euch natürlich in der rebate welt nutzen und später auch ja für die erbe gewählt und dazu nehme ich jetzt am besten die schaufel raus und oh was ist denn hier passiert dieser ist hier grundstein ja da seht ihr es wird zu sandstein und dann noch einige zeit wird es wieder zu sand es ist sozusagen eine ja ich möchte aber nicht die ganze zeit mega farmen müssen ich will einfach auch mal sand abfarmen ohne mega loch zu machen ich möchte gerne diamanten auch mal ein bisschen effizienter farmen und möchte nicht meinen so extremst viel ja dann könnt ihr also nach unten gehen zum beispiel hier stein abbauen holz abbauen das funktioniert noch nicht die holzbrette werden wir sicher dann machen aber es gibt natürlich also das muss ja alles noch entwickeln wir sind jetzt auch erst drei tage eigentlich so richtig dran wir haben am samstagabend den server eigentlich öffentlich machen können haben am sonntag noch kurz ein lag problem gehabt mit world edit aber da fastsync world edit auch nicht gibt oder richtig funktioniert haben wir jetzt einfach wieder world edit drin und nutzen es einfach nicht so mächtig viel oder nur einen kleinen schüben weiß es auch nicht es hat einfach viel mehr seasons gegeben wo irgendwas gelahnt ist und da sind die spiele drin geblieben und ja sind nicht mehr reingekommen und so weiter und jo das werden wir natürlich dann auch irgendwann mal ersetzen und alles mögliche da geht es jetzt zum beispiel auch nicht mehr durch das ist auch gut so also sollte jetzt auch nicht überall mega holbar sein also wenn ihr diamanten öffentlich seht kann die sie auch ständig farmen aber das müssen wir dann alles noch bonosieren das seht ihr denke ich mal noch nicht ganz so bonosiert und es geht nur darum dass wir auch gut bauen können wenn ihr halt OP seid dann seid ihr halt OP mit dieser methode aber solltet ihr euch hoffentlich nicht dann bedrücken ihr habt es ja gewollt und ja WAP Portale man kommt dann auch nicht mehr so gut raus also eventuell werden wir noch ändern klar verbessern so hier haben wir schon mal die ersten Sachen ihr habt auch ein Befehl da gibt es auch nicht auf jedem Server und jo kann ich eigentlich nochmals kurz im Spectator Mode kurz die Gebiete schauen ich tue im Livestream natürlich das alles bauen dann müssen wir in die Richtung wissen mehr und jo das gibt es eigentlich täglich viele Stunden Minecraft wir werden ganz viele Features einbauen und suchen natürlich nach Techniken die auch Datapacks herstellen können und Livestream natürlich ja das habe ich jetzt gar noch nicht gesagt jeder darf bei uns frei Livestream bekommt sicher auch noch jede Menge Sachen wir haben ein VRP-Rang und jetzt mal kurz schauen wie das Plugin heisst ja gibt es das Lucky Perns ja ja kann ich jetzt auch nicht gerade so schnell sagen nicht mehr so drin ich habe jetzt ein halbes Jahr eigentlich schon Pause gemacht mit Minecraft damit ich so motiviert wie möglich dann auch Livestream kann und jo ist geht auch nicht Lucky Perns ist jetzt nicht so schon bekannt bei mir die anderen sind natürlich da Group Manager und so Sachen sind natürlich sehr viel mehr genutzt worden von mir wird aber auch leider nicht mehr geupdatet scheinbar jo und weil wir ja ein bisschen magisches Thema haben haben wir ja auch da die Grenzen aus wir Stil und jo machen mehrheitlich auf Magie dürft natürlich jederzeit keine Magie nehmen oder auch mal andere Interessen also die Erbe gewählt wird hat so ein bisschen mittelalter Stil haben da kann man einfach am meisten bauen und jo bei uns dürft ihr natürlich die Grenzen so groß wie ihr wollt haben es wird halt Performance technisch dann irgendwie dann auch ein bisschen aufgeteilt weiß ja nicht wie viel Performance das zieht auch irgendwelche MBCs oder Tiere oder so müssen wir schauen wir haben nämlich einen sehr guten Server aber trotzdem kann es dann zu Legs Legs Bikes kommen und ja eben alles im Rahmen es ist ja kein Craft Detect 10 oder so die haben sicher einen schlechteren Server oh aber ja wir wollen es doch allen gut und angenehm machen wir haben einen Discord das seht ihr unten in der ersten Kommentare die angepinnt sind die IP sie ist eben noch weitlistet und wir machen offen sobald wir wirklich auch geschützt sind und so ähm da habt ihr natürlich ja auch irgendwie alles so ein bisschen so ein bisschen in der eigenen Hand als Spieler ich kann viel wählen ich kann viel Feedback geben ich könnte auch vielen Leuten irgendwie etwas Gutes tun indem sie ja auch auf dem Server sein können also wenn irgendjemand kennt macht vielleicht ein bisschen Werbung einfach mal kurz sagen ich kenne einen guten Server oder so das reicht muss ja nicht mega Werbung sein aber heutzutage ist das nötig weil ja ihr seht ja auch bei GOME oder so es gibt immer weniger Zuschauer also weniger Mitspieler und grosse Projekte gibt es einfach nicht mehr nur noch von den ganz grossen ich war bei mehreren Rundspielprojekten letztes Jahr dabei im Sommer und ja sie ging nicht lang oder sie startete nie auch unser Server Galactica.net .tk ähm ist einfach momentan gefriest weil der Techniker also der vorherige also der jeniger den ich schon ewig kenne der ist einfach gerade auch nicht so Lust so mega viel zu designen oder da muss recht viel gemacht werden dass man eigentlich eigentlich zukunftsmässig im Weltraum auch schön aussieht und alles möglich jo das werden wir dann sehen ja es ist eben noch wenig los ihr habt jetzt noch nicht so viel zu sehen aber ich mache gerne dann immer wieder eine also eine Servervorstellung und hm ja und anderen Server auch also wenn ihr einen selber kennt beziehungsweise auch ohne seid oder ihn einfach mega gerne spielt und er braucht ein bisschen einen Push bis mehr Spiele kommen dann dürft ihr gerne mich ja helfen lassen ähm ich komme gerne dann drauf und stelle euch den selber vor ja ihr wo dann sagt bitte macht den der muss wahrscheinlich nicht mehr vorgestellt werden dass er für euch aber für alle anderen hört ihr ein bisschen komisch dann genau also bei uns wird sehr viel geschaut dass es euch Spass macht dass wir eben neue Plugins haben neue Features ähm ja neue Lightstreamer auch anlocken dass sie die Lightstreamer auch nicht stören dass die mega Spass haben Kräfte Deck ist halt auch wieder eher wenig besucht und die Features fehlen einfach zum Beispiel Spark of Phoenix baut ja so extrem viel und sonst eigentlich ja kaum jemand sich kennt also ja Trimax ja und das ist für grosse da werdet ihr wahrscheinlich nie reinkommen ich auch nicht aber wir machen etwas kleiner und auch große falls kommen und ja wir wollen einfach auch euch den Spaß geben bei uns steht wirklich euch den Spaß im Vordergrund und wir versuchen einfach so gut wie möglich das alles zu machen genau ja so damit ist eigentlich alles gesagt ähm Features und alles kommen und ja so ein Dorf entsteht hier auch und dann machen wir auch eine Lore an den Start wie wir das genau aufbauen also nicht aber wir werden einfach mal hier durch eine Lore bauen und eventuell unterirdisch so eine Eisstrecke dass sie blöd schnell hinkommt wir müssen aber schauen dass wir dann natürlich nicht zu viele Boote haben oder Pferde haben oder so und ja natürlich noch einen Weg für Pferde da werde ich sowieso auch schauen dass ich viele Pferde züchte für die Leute dann gebe wir haben halt einfach eine Wüstenwelt aber wir wollten einfach die erste der erste Seed nehmen und da wird es sicher auch viel zu bauen geben wenn wir in der Wiese bauen werden ist natürlich im Vorteil er darf man Spawn bauen hier dieses Mesa ist auch natürlich noch vollkommen frei kann jemand diesen Hügel nehmen der andere hier auch oder hier ein kleines Dörfchen bauen ein Dorfbewohner Dorf haben wir noch nicht gespawn bekommen scheinbar da 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 ist ein Dorf sehr gut und hier machen wir dann den richtigen Spawn der ist ja momentan hier irgendwo hier aber hier ist es schön auf Glas und dann schön etwas bauen ich habe schon ziemlich viel vor also so ja das war die erste Vorstellung von unserem Server Dragodia ich bedanke mich fürs Schauen und wenn ihr Interesse habt einfach euch melden bei Discord bitte und ja ihr werdet sicher dann ja eingeladen auf dem Server aktiv zu sein wir müssen nicht viel mehr machen also ja wir wollen einfach nicht dass die direkt dann ja ja vom Video oder so direkt dann irgendwelche Griefe kommen oder Hacker soll natürlich so friedlich wie möglich sein wir unterstützen jeden auch ja nicht unbedingt direkt Hacker aber einfach Leute damit sie nicht hacken müssen und ja wir spawnen auch dann die Bäume gut ja freut mich und eben ich bin auf twitch.tv slash you slash Drago Basler täglich am Livestream meistens abends nachmittags also nachmittags abends und nachts manchmal auch am Morgen und wenn ihr auf Discord schreibt ich will dass ich dass du Livestreams dann komme ich auch im Livestream natürlich und bin sowieso sehr viel unten es ist eben mein Server ich bin Inhaber der KZBB war vorher kurz ja da der ist leider sofort vor dem Video eigentlich dann aufhören müssen und wir haben noch ein bisschen geschrieben was welches Volk und so wird genau genau dann sind viele Datapacks drin Plugins drin da werdet ihr euren Spaß schon finden sonst sagt es uns wir lassen alle Kritik gelten ja gelten und wenn es wirklich was bringt wir sehen ja das muss auch gemacht werden dann machen wir es auch von einem nur von einem aber es muss natürlich jedem gefallen wir werden sicher dann noch Umfragen machen was jetzt jeder wirklich auch will weil manches ist auch sehr viel Arbeit aber gut das mal in einem anderen Video ich werde sicher auch noch eine Story ein bisschen an einem Video machen dass ihr das seht wie die Story so geht und nicht selber spielen müsst eventuell und wenn ihr nicht wollt die Story einfach ein bisschen spielen oder da gibt es Dungeons da gibt es irgendwelche Quests Schatztrum zu entdecken und so weiter alles im Adventure Modus ähm jo und den anderen werden dürft ihr abbauen und platzieren genau außen natürlich die Farmwelt 1 und die ist eben speziell die ja wird wahrscheinlich noch ein paar Leute ein bisschen verärgern da man eben nicht viel ja abbauen platzieren kann noch aber das ist alles in der Mache das wird irgendwie umfangreicher die Farmwelt 2 ist die normale Farmwelt wo jeder BAM kann und woops gibt Portal und so weiter genau also hat mich gefreut dass ihr das Video ein bisschen angeschaut habt und jo wir sehen uns dann vielleicht ja auf Twitch oder eben auf YouTube genau so ja ja jetzt ist ganz neu im Mond Corona ist zu sehen sagt man dem im Mond sagen wir nur in der Sonne die Corona ja prima bis zum nächsten Video danke und ciao au who you you